Hier präsentieren wir die 5 beste VR-Brillen-Test. Lass uns anfangen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu Start Nummer 5. Oculus Quest All-In-One VR Gaming Headset Eine der beliebtesten VR-Brillen ist die Oculus Passuit. Dies ist ein praktisches All-In-One Virtual Reality Gaming Headset, das komplett ohne Schnüre funktioniert. In dieser Hinsicht können Sie sich frei um den Raum und auch Barrierefreiheit aller Videospiele aus dem Hauptgeschäft des Herstellers, die derzeit bereits zahlreiche faszinierende Titel enthält. Der Oculus Passuit ist in 2 Speicherversionen mit 64 sowie 128 GB erhältlich. Das Versandprogramm umfasst 2 Controller, von denen jeder mit 2 A-Batterien für den Betrieb ausgestattet werden muss. Zusätzliche Kameras, die an der Oberfläche aufgestellt werden, sind bei der Oculus Mission nicht notwendig. Der Hersteller integriert diese direkt in die Virtual Reality Brille, was ein wichtiger Vorteil ist. Nummer 4. VR-Synicon VR Brille für 3D-Filme Video Movie Game Mit 100 Grad bietet Ihnen die Virtual Reality Brille ein solides Gesichtsfeld. Es gibt auch ein Rad auf der Oberseite der Brille, mit dem Sie bequem den Linsenabstand einstellen können. Da ein Mobiltelefon mit dieser Virtual Reality Brille die Aufgabe des Computergeräts annimmt, stellt es auch seine Sensoren zur Verfügung und übernimmt ebenfalls das Motion-Tracking. Dieses Design hat auch ein gebaute Kopfhörer für ein noch besseres Eintauchen. Mit dieser schwarzen Virtual Reality Brille können Sie alle modernen Smartphones nutzen, die eine Bildschirmdiagonale zwischen 4,7 und auch 6,0 Zoll haben. Die Abmessungen des VR 6S von VR Synicon betragen 22,0 x 20,0 x 10,0 cm und auch das Gewicht liegt einfach unter 420 Gramm. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Jemenren HD Virtual Reality 3 DVR Headset Das Sichtfeld hat einen großen Bildschirm von 120 Grad. Sie können den Linsenabstand zu Ihren Augen kontinuierlich variieren, indem Sie die Drehsteuerung verwenden. Die asphärische Linse ist sogar mit einer anti-blauen Schicht ausgestattet, die Ihnen eines der augenfreundlichsten Virtual Reality Erlebnisse bietet. Mit dieser Version ist die Überwachung wieder auf die eingebauten Sensoren Ihres Smart Devices beschränkt. Die kompletten schwarze Virtual Reality Brille aus Jemen bietet Ihnen hohe Kompatibilität. Es unterstützt alle Mobiltelefone mit einer Bildschirmdimension zwischen 4,0 und auch 6,0 Zoll. Diese Versionen enthalten eines der typischsten Smartphones von Samsung, Apple oder Huawei. Die Abmessungen der VR-Brille sind 21,0 x 12,5 x 10,2 Zentimeter und auch das Gewicht beträgt 299 Gramm. Nummer 2. D-Stack V4 VR Brille Das Sichtfeld der D-Stack V4 Virtual Reality Brille ist ein starkes 103 Levels. Der Linsenabstand kann direkt auf der Virtual Reality Brille geändert werden, was das Produkt ideal für Menschen macht, die eine Brille verwenden. Die augenfreundlichen HD Objektive sind zudem mit einer anti-blauen Beschichtung ausgestattet, um Ihnen eines der angenehmsten VR-Erlebnisse zu bieten. Sie können diese kompletten schwarze Virtual Reality Brille mit allen intelligenten Geräten verwenden, die einen Bildschirm zwischen 4,5 und 6 Zoll abgewinkelt haben. Diese bestehen beispielsweise aus den Samsung-Versionen S4 bis S9, der Sony Xperia X-Serie und Apples iPhone 6, 7, 8 oder X. Und die Nummer 1 unserer Liste. Oculus Rift Plus Touch Bundle Der erste Artikel in unserem VR-Brillen-Kontrast ist das Oculus Brick Plus Touch Bundle vom Hersteller genau gleichen Namen, Oculus. In Bezug auf die Rate ist dieser Artikel in der Königsklasse und ist ohne Zweifel die teuerste VR-Brille in unserem gesamten Vergleich. Dieses Gadget hat eine Auflösung von 1080 x 1200 Pixel pro Auge. Das Sichtfeld der Oculus Brick Plus Touch Bundle Virtual Reality Brille mit 2 Kontrollern beträgt 100 Grad. Für eine ideale Erholung können Sie den Bereich zwischen den kreuzungfressenden Linsen in einer Vielzahl zwischen 58 und auch 72 mm einstellen. Die Raumverfolgung wird mit Hilfe von bis zu 4 externen Infrarot-Elektronik-Kameras abgeschlossen, von denen derzeit 2 im Lieferumfang enthalten sind. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video.